Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires. Hallo zusammen. Ja, wir sind immer noch hier. Ja. Was passiert eigentlich? Ach genau, unsere Priester stören unsere Katapulte. Ja, sind wir so ein bisschen außer Form. Ja genau, es ist etwas länger her, als wir das letzte Mal hier waren. Genau. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an das. Die spannenden Episoden. Genau. Ja, ja. Aber was haben wir da drauf? Falt irgendwelche Reiter, oder? Ja, gute Frage. Ja, ich glaube da war die Kavallerie drauf, ja. Ich will sie nur schnell in ein Nimmerchen geben. Nein, 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 nein. So, genau. Rauf. Dann könnt ihr eigentlich den Turm, genau, von hier aus wegschießen. Ja, sehr schön. Super. Eigene Initiative, gute Sache. Perfekt. Nein, nein, ich habe sie schon hingeschickt. Ah Mist. Du Fieslinge. Fieslinge. Das mag ich also gar nicht. Aber triffst du die von da aus? Triffst du die von da aus? Das wäre jetzt natürlich cool. Aha, mit dem Katapult. Ne, warte mal. Wir landen. Okay, geht auch. Wir haben ja noch recht viel Material. Genau. Und ich kann sie theoretisch dann auch schön einzeln zurückpfeifen, notfalls. So. Guten Morgen. Guten Tag. Ja, das ist nicht ganz so effizient, wie es sein könnte, dieser Angriff. Äh, ja, da hast du absolut recht. Da könnte er eigentlich, da, wartet mal, wartet mal, du, drauf. Nein. Da ist mir jemand gesch... Verdammt. Na komm, nicht so schlimm. Ich passe, uah. Zurück. Das müsstest du doch eigentlich holen können. Ja, eigentlich schon. Äh, der Laufs. Oh, da hat er noch recht viele. Oh, wow, schau mal. Ja. Ja, ja, da kommt was, oh, da kommt was Böses. Könnt ihr bitte aufs Bötchen? Ja. Los. Das läuft nicht ganz so wie geplant. Ne. Gar nicht wie geplant. Nicht ganz. Dezent nicht. Könnt ihr ja da trotzdem irgendwie... Ne, ich hab gesagt drauf. Ja. Also, es sind jetzt einige Bogenschützen vor allem draufgegangen, hm? Ja, ja, aber du hast doch jede Menge Material. Dein Kalapult ist noch da. Gut. Ja, ja, das... Die hab ich ja... Zurück im Pfiffen. Aber jetzt sollte er ja keine Bogenschützen haben. Da können wir den Turm ganz fertig holen. Ja. Äh, und Priester? Ne. Ne, äh... Zwei, kommt bitte runter. Ja, genau. Ihr habt Arbeit. Genau, ihr habt ganz viel Arbeit. Oh ja. Da sollt das jetzt ziemlich alles recht angeschlagen sein. Genau, okay, wunderbar. Ihr habt das hingekriegt. Sehr schön. Ihr könnt eigentlich auch von da oben den Turm hier weghauen. Ja, genau. Genau. Okay, also, was lernen wir daraus? Zu viele Reiter kann ich schlecht micromanagen. Wichtige Lehre. Ja, genau. Schau, und die Bogenschützen, ey, das ist das... Auf dich hab ich gar nicht geachtet, während der Frontalangriff kam. Also, komm. Da unten sind ja auch noch Jungs. Ja, ja, wir haben schon. Ja, wir haben schon ordentlich. Aber ich wollte eigentlich gar nichts verlieren, idealerweise. Das hab ich jetzt natürlich nicht hingekriegt. Du hast schon zwei verloren. Ja, eben. Drei, glaub ich, sogar. Ja? Drei Reiter. Nee, nee, schon vorher. Schon vorher. Aha, ja, gut. Hast du sie schon vergessen? Stimmt. Fridolin. Fridolin, tut mir leid. Gab der eine ist Herbert. Herbert und Fridolin. Ja, nee. Natürlich haben wir sie nicht vergessen. Ja. Aber es waren die Zeiten, als wir noch keine Priester hatten. Nee, Fridolin vergessen wir doch nicht. Das geht gar nicht. Jetzt hat er, glaub ich, nur noch Fusel, das nicht schießt. Oder fast nur noch. Äh, ja gut, so Fusel ist es eigentlich gar nicht. Ja, ja, das ist schon so. Aber wir können schon reinreiten, draufhauen, zurückgehen. Ja. So. Denk schon. So, in dem Sinne. Schnell speichern. Wie geht's eigentlich den Katapulten? Was machen die so? Nichts. Ah, das ist das Richtige. Ah, gut. Alles klar. Richtig erledigt. Genau so, wie erwartet. Kann ich nochmal speichern? Nein, ich weiß nicht. Vielleicht haben sie gerade noch geschossen, den letzten Schuss. Also, ne. Bäh. Stimmt. Ist besser. Ich bin da leicht paranoid seit... Das ist deine Festplatte schon wieder. Ja. Kleinkommentar. Genau. Genau das meine ich. Genau. Ja, alles klar. Äh, könnt ihr bitte... Natürlich, könnt ihr das nicht. Wow. Das war übel. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Dann kannst du mal. Äh, vielleicht sollte man mit allem angreifen. Okay, geht auch. Nö. Gefällt mir nicht. Das können wir besser. Heh. Das können wir definitiv besser. Vielleicht könnte man sie da hochlocken, dann mit dem Katapult. Hm. So viele Möglichkeiten. Ja, das auch. Irgendwo anders. Ja, vor allem die beiden stören mein Schiff, das ich nicht reparieren kann. Machen die so viel Schaden an deinem Schiff? Nee, aber sie machen Schaden an meinem Schiff. Ja gut. Das sind wir paranoid, ja. Äh, weg. Lass den doch durch. Hier wie ich so auch. Ich kenn das so gut. So gut. Na gut, aber jetzt haben wir mit dem Laden schon angefangen. Jetzt können wir es auch durchziehen. Wart mal, wo sind sie? Äh, nee, oder? Wieso will er nicht auf das... Ähm... Ja, Zuschauer, ich weiß, es ist langweilig. Könntest du das mit den Katapulten? Nein. Ähm... Ähm... Stimmt. Stimmt, da war was. Kannst du es aber auch so probieren. Ähm... Da war ja was. Wird beides gehen. Auf kurz oder lang. Gut, stimmt, ich meine, so Fusel können wir wirklich mal opfern. Wir brauchen es nicht unbedingt. Unbedingt opfern, der bleibt doch eine Weile stehen, wenn du dich zurückziehst. Hm? Wie? Land, deine Katapulte, also es gibt doch dort diese Stelle, wo, gell mal ein bisschen hoch, hier, hier. Ja, genau. Wenn du dort landest, dann kommt der doch dahin. Aha, dahin. Oder dahin, nee, nee, dahin, wo ich mit dem Finger hinzeige, was du nicht siehst. Bei dem Baum dort. Bei dem Baum. Ja, ja, da kommt der doch dahin wahrscheinlich. Und dann kannst du wieder ins Schiff zurückziehen und rüberschießen mit den Katapulten. Ach so, das meinst du, alles klar. Aha. Weiß ich, ob das geht. Ja, ich glaube schon. Wollte eigentlich... Warte mal, wir können ja da landen, damit die Bogenschützen nachrücken. Oder so, oder wir schwimmen auch mit dem Schiff da, da hin. Komm, naja. Ich sehe schon, der macht schon auch ordentlich Schaden an dem Großen. Ja, ja, schon so funktioniert's. Oder auch nicht. Ja, das war nicht das Ziel. Aber er kommt, er kommt, er kommt in Reichweite. Er läuft nicht weg. Sehr schön. Äh, ja. Ach so, ja, gut. Was machst du, ey? Ich opfere gerade mein Schiff. Wenn er nicht trifft. Na los, na los, na los. Dank. Gute Sache, gute Sache. Ah, bleib, bleib. So. Schiff, du hast jetzt sehr gut und tapfer geschlagen. Ja, hat das Schiff gut gemacht. Irgendwann mal reparieren, hab ich. So, nächster Versuch. Jetzt versuchst du's doch wieder so. Okay. Jawohl, jetzt hat's geklappt. Ah, sehr schön. Ja, super. Hast das Schiff in Ruhe? Okay, gut. Ich sehe Katapulte, die was Lustiges machen. Ist auch gut. Ja, ja, genau. Geht ja super. Siehst du das auch? Hm? Ich hab's gesehen. Sie haben es. Sie bomben da irgendwelche. Sie haben es nicht gebombt. Ja, das. Nicht ganz so klugen. Kompliten. Greifen sie ja nicht. Ah, okay, du. Ja. Reiter da, bitte weg. Ja, das geht doch gut. Ja, sie haben bestimmt Schaden gemacht. Ja, gute Arbeit. Gut, alles klar. So war der Plan eigentlich. Mal ursprünglich. Ja, ja, das geht auch. Das geht auch. Haben wir gerade mal eingekillt, alles klar. Aber ich hoffe mal, sie haben zwischendurch noch Schaden gemacht. Prof? Ja. Ah, okay, du bist da. Ja, ja, ja. Sie sind schweigen. Nee, 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 nee. Och. Ah, ja, da kommt er wieder. Das ist, das ist blöd. Ja, okay, ja, sie schießen direkt drauf. Das ist natürlich. Schafft er es so? Genau, genau, genau. Das könnte ihm sein, dass er eventuell, naja, nicht so weit weg. Triff nicht. Schade, schade. Aber stimmt, dass da einer draufgegangen ist, so, das finde ich super. Jupp. So, fangst du. Jee. So, aber nachher sollten wir das doch schaffen mit acht Reitern. Die angeschlagenen vier waren das Centurios? Ja. Ich glaube, das sind die entwickelten. Wahrscheinlich, keine Ahnung. So, macht das doch schneller. Behalt euch mal. Ja, 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 wohin reitest du? Ja, ich weiß, es ist ein wenig blöd im Sinne von, dass man warten muss, aber... Komm schon, es ist eleganter. Wenn kümmert. Wenn kümmert, stimmt. Die zur Zeit nicht vorhandenen Zuschauer vielleicht? Ja, vielleicht ist das der Grund, warum sie nicht mehr vorhanden sind, aber... Ach, ja, gut, kann man ihn sinken. Ja, das ist mir richtig. Äh, ja. Ihr könnt immer noch den Jungen da heilen. Genau, zu zweit geht das auch schneller. Interessant, wir haben Kavalerie, die 150 Lebenspunkte hat und Kavalerie, die 172 Lebenspunkte hat. Echt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Doch, doch. Haben wir, interessanterweise. Interessant. Hast du ein paar erst später gefunden? Ja, ja, ein paar waren da drauf und ein paar hatten wir. Ursprünglich. Die Frage ist, wer ist wer, aber... Töten, töten. Töten. Ähm. Ah, sie haben es geschafft. Ja, ja. Aha, lass ihn durch. Okay, in dem Fall so. Schaust du das nicht? Nein. Ah. Ja. Okay, ich lass das jetzt mal durchgehen. Sonst werden wir ja nie fertig. Nein. Nein. Du hast auch noch Bogenschützen. Und Bronzekämpfer. Das sind doch so viele Dinge. Ja, hätte man, oder? Hätte man. Ja. Kleiner Typ. Oder du kannst sie dort hochlocken. Mit Kanonenfutter. So viele Möglichkeiten. Hä? Oh, haben wir so lange nicht gespeichert. Ja. Okay. Ich lass den Scheiß. Kein Kopf. Ich dich überzeugen, mit allem anzugreifen, was du hast. Ich bin dran. In Wellen. Sehr gut. Und die Wellen sind immer super in so einer Situation. Das ist natürlich nicht so sinnvoll, so. Irgendwann. Irgendwann. Mit allem angreifen. Mit allem. Ja. Ja, wenn er jetzt noch drauf kommen wird. Genau. Genau. Aber mit Bogenschützen auch noch. Ich bin mir nicht sicher, ob es reicht. Alles klar. Gut, aber alles außer Reiters ist mir eigentlich egal. Ich habe eine Vorliebe für die Typen. Sie haben mir schon so oft geholfen. Das ist... Ja. Ah, geil. Ja, eigentlich ist die Folge ja schon vorbei. Ah, wieder mal. Aber komm, wir machen jetzt mal den Angriff. Ja. Und wir laden noch die Bogenschützen ein, die unten sind. Die wollen auch mitmachen. Die wollen auch mitmachen. Seit vorne. Alles klar. Gucken wir das mal an. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Schau mal. So einfach kannst du es haben. Ach, Mensch. Aber da verliert man ja Men... Ja, okay. Gut. Alles klar. Du verlierst keine Menschen, du verlierst Soldaten. Das ist schon so. Das tue ich auch ungern. Aber ja, da seht ihr Leute, wieso man... Ne, nicht das. Wieso man mit allem angreifen soll und nicht micromanagen soll. Na ja, das wär's zu dieser Folge. Ich glaub, der Gegner hat keine Krieger mehr. Er sollte nur noch einen Turm weghauen und dann so ein Artefakt schnell zu unserer Insel bringen. Und dann wissen wir auch, was die nächste Mission so mit sich bringen wird. Genau. Und falls ihr das miterleben wollt, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein. Also, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Bis dann.